Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. So, wir sehen schon hier, in wenigen Sekunden gibt es hier den neuen Shop. Mal sehen, was heute hier im Shop reinkommen wird. Ich denke mal kein neuer Skin, aber mal schauen und da ist der neue Shop und wir sehen ein neues Emote. Ansonsten nichts neues, aber wir fangen mal auf jeden Fall ganz links an. Hier ist nochmal der Zuki Skin, der kam ja gestern nur rein aus dem Kadatech Set. Ganz cooler Skin, dazu gibt es auch noch männlichen Skin, das war Kupferwespe, der ist ebenfalls nochmal zurück, der männliche hier auf jeden Fall auch ganz okay. Da finde ich das Rückenteil ja mega nice. Und ansonsten sehen wir nochmal den Finsterbombas Skin hier, ein mega niceer Skin, den ich echt sehr oft spiele, den kann ich nur jedem empfehlen. Der ist heute auch wieder hier zurück, einfach nur heftig das Skin und auch der passende Donnerrost ist hier zurück, die Hacke, ich zeige mal direkt den Ton. Und auch der Gleiter Glühfil der Dunkelheit ist ebenfalls nochmal hier zurück, auch ein ganz nicer Gleiter. Und ansonsten ist nochmal die Schädellinie hier aus dem Schädel- und Schleifenset, auch der Skin ist ganz okay. Den gibt es auch in mehreren Stilen, einmal Schädel und einmal mit Herz und das ist dann hier auf jeden Fall in so einem eher fröhlichen Look. Hierzu gibt es auch eine Hacke und zwei Schädellinien-Spalter, hier zeige ich mal direkt den Ton. Und auch das hat zwei Stile, einmal Standard und einmal Rosa. Das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände hier und auf jeden Fall könnt ihr an der Stelle wieder mal ganz kurz rechts unten hier auf einer Schütze ein Quater klicken und mein Code Deto eingeben. Riesiges Danke immer noch an jeden, der das Ganze macht und damit geht es direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es weitere Skins, einem hier Schnorchel-Obs, ein sehr, sehr alter Skin, relativ simpel, den sollten eigentlich noch die meisten Leute von damals kennen. Da drüber ist der Etherskin, der ist hier aus dem Neo-Jäger-Set, auch der Skin ist ganz okay, ist aber ehrlich gesagt, ist auch nicht so mein Fall, den würde ich mir also eher nicht holen. Ansonsten gibt es noch hier die Dreier-Sternhacke, hier zeige ich mal direkt den Ton. Ja, relativ hoher Ton, so drei Klingen, finde ich auch nice. Und dann gibt es hier drei Modes, einmal reale Muckis. Und dann gibt es noch Zusammenreißer. Ja, das ist noch relativ neu und ist auch relativ kurz im Mode. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Und jetzt kommen wir schon direkt zum neuen Mode und zwar Schalenregen. Ja, ich denke mal die meisten Leute sollten das Lass es regnen im Mode kennen. Und das hier so gesehen ist es selber, einfach nur mit Bananenschalen. Finde ich, sieht auf jeden Fall mega lustig aus. Und das hier ist das neue Mode von heute und das war es auch schon mit dem gesamten Shop von heute.